Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Starnas wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mir verlogen, sogar die Osss. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger Treue oder Feindlinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich bin Feindlinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Falsches! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kumpel daran getan, von jahrelang alle Hörnoffiziere registriert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Mischendes Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, dürfen Sie sich bewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich werde nicht vor Anleitung von Ihrem Blut hat ihn ge shove. Ich werde mich da